SpielInfo konnte nicht abgerufen werden FehlerCode NULL Hä 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 Hä? Was?! Vor allem FehlerCode.. vor allem FehlerCode Nul... äh Null ne ? Ok Versionsdaten werden abgerufen Wieso wird das eigentlich abgerufen? Ich check's nicht Was ist da für ein Mist geworden Spiel? Dalungen Jetzt muss man doch nur checken welche Version du hast What the fuck Nichtal nicht das hier mit Version 0,1 rumläuft digga leute jetzt zeige ich euch auf dieser map wie man einfach jede runde gewinnt ich schwöre gar ein rent mit messer davor dann sind da so zwei dinge aber man da geht man hier rein stellt sich hier in diese ecke und verkennt sich hier und stirbt wie hat er mich geholt ja wahrscheinlich aber ich treffe der mutter kaputt alter soja urs 36 böser clown ist lustig heidex also der schlimmste bastard der ekelhafteste hurensohn alter job habe ich gerade diesen krieg schon gegönnt und eine ganze familie ach so ja so er stand direkt direkt vor mir haben wir noch ein paar geld bis zum flugzeug gefehlt ach so ist das ja das kann ich natürlich komplett nicht nachvollziehen sie fahre ist so welcher glück meinst du jetzt eigentlich und das heißt hätte uns eine team jetzt gerade kein sponsor scott wäre einfach an meiner kiste verreckt was ja jungen als schild da oben alter weißt du was ich ich renne jetzt mit dem haben wir verrein und verkehrer gesamte familie jetzt mal kann weil er den ganzen schuld überlebt von der seite ich bekomme aids ich habe wenigstens habe ich gerade ein paar kids gemacht ja und ich denke die pdw zöpigen dann verpicken hat es vier arsch rein ich brauche keine nicht gar nicht mehr schuld und ich würde dazu gucken ich habe eine null kill zwölf tode null kill zehn tode wir haben richtig geile team jetzt fällt mir ja jungen du bist so eine akne wiskum ist bis ich bleib einfach am spawn irgendeiner von unseren gegner rennt jetzt eh rein und stirbt kommen na komm gehen doch ein rennt doch eine freunde aus dem kühl gemacht krass an der könne drohne aus der box krass verpiss dich mal ja dachte ich mir ist so alter leidenbacher junge du bist ein hurensohn wie hat er jetzt instant gesehen dass er hinter ihm war wie hat er das gesehen hauptsache ich bin immer immer noch zufrieden weil ich mit dieser waffe nichts machen kann ja das war ich übrigens dann gibt es drei leute die 30 punkte haben einfach nein ich wollte ich wegpumpen jetzt habe ich die scheiße kruch alter was sagst du miss geboren waffe ich habe die so schnell weg gehabt alter nein ich will dir nicht von hinten gefickt du misset naja ul einfach sag einfach ul dann weiß ich welche waffe du meinst tschüss ja du fick geboren ich habe die nächste hässliche fix nein weil ich konnte nicht nur einen halbiertyp er überlebt diesen hitz irgend so halbiertyp ist erster ja, Mist, so eine Rotze ja, du wohnst schon, Tee? du und jetzt bin ich fett? ja komm, ich geh da runter und sterbe sofort, geil! ist doch mega nice ich weiß nicht, ist denn alle und ich kill alle was geht? Buka, nein, darfst nicht rein er ist hart am Wein doch der Chef sagt nein STIOP! ich hab endlich nen Kill gemacht ich sag, diese Fliegsland zu kaufen mein Sohn, Hurensohn, verrück doch rein du ekelhafter Bastard ich hab geschossen dieses Spiel ist geil, Kappa nimm die LMG, du Hurensohn nimm! bitte nicht achso, ich fähre den Typ mit nem Flammenwerfer ich darf nicht ich darf nicht sterben, nein nachladen yes nein, ich hätte fast die letzten Kill gemacht ich hab genau hinter dir wo du Dingen, den du haben wolltest das wollte ich hinter dir zu dücken so genau den den hab ich von weichen abgeschossen lukalein lukalein darf nicht rein er ist hart am Wein doch der Chef sagt nein lukalein darf nicht rein er ist hart am Wein doch der Chef sagt nein lukalein